Herzlich Willkommen zu einer neuen Runde Subnautica von AnonWords Entertainment. Ja, ich habe das Lenkrad in der Hand. Ich habe mich einfach mal hierhin gerettet. Was? Warum? Ja, ich musste. Ich habe mich jetzt zweimal eingeloggt und bin insgesamt drei oder vier, ne, ja viermal bin ich aus dem Klopper hier rausgefallen. Unten aufgeschlagen und bin aber auch nicht ins Wasser gefallen, sondern bin unten immer noch rumgelaufen, als wäre ich im Boot. Seltsam, seltsam, seltsam. Merk, wo ist denn der? Im Berg? Na klar. Quatsch, in der Spalte drin war es. Aber ich komme noch keine 154 Meter runter. Bist ihr sicher, dass ich das so drehen soll, dass ich da unten reinpasse? Bei meinen Fahrkünsten mit dem Ding? Wie weit kommt denn die Mütte? 200, ne? Das ist nicht viel weiter. Ähm, so. Stopp. Aber ich komme noch keine 140 Meter so getaucht. Hä? Komme ich hier vorne irgendwo rein? Aber der ist wirklich nur unter mir, ne? Aber der ist wirklich nur unter mir, ne? Hier haben wir weniger die Probleme. Wenn dann nochmal die vorne. Ich komme auch hier nicht runter. Nicht mit dem ganzen Gerät. Wenn du es reinkippen könntest, ja. Wie sieht es denn vorne aus? Die sind immer so beschissen. Was bin ich denn hier dran? Das ist nur der Fisch. Ich kann hier mal aussteigen. Mal gucken. Ich kann nicht aussteigen. Da kann ich das schon unterströmen. Ich weiß immer, ob wir zu nah hier dran sind, glaube ich. Ich könnte hier auch nicht ausloggen. Komme ich vielleicht von der anderen Seite rein? Das ist nicht genug. Naja, hier komme ich auch nicht rein. Was ist hier? Was war denn das jetzt hier unten? Hier hat irgendwas nachgeladen. Zeig mal. Hä? Was denn das? Kann man das einsammeln? Das sieht nicht so aus, ne? Da ist noch um die Mittenteile. Da ist noch um die Mittenteile. Aber so rum komme ich auch nicht näher rein. Mano! Das ist jetzt aber schlecht. Ich dachte, ich kann hier irgendwo abkürzen. Dass wir hier irgendwo so schräg rankommen. Jetzt sehe ich wieder ja nichts mehr hier. Und morgen wieder einen Berg vor uns haben. Jetzt sehe ich mit dir irgendwas. Jetzt müssen wir in die Richtung ein bisschen mehr. Oder ist was weißes? Was ist denn da noch drin? Noch was weißes? So, das ist nur normal zu melden. Reicht. Na klar, ich sehe hier draußen so wesentlich besser wie innen drinnen. Ja, mhm. Mhm. Einweißes habe ich. Jo, danke, 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 danke. Wie viele von den Dinger noch mal eigentlich noch einstecken? Noch zwei. Was ist denn da schon wieder gesehen dort? Seltsam. Ach, da ist das zweite. Ich muss schon sagen, es kann nur wieder dahinter sein. Wie beim letzten Mal. Na komm, nimmst die Talen mit. Dafür gibt es das... Hier mal noch was. Kann man gleich mitnehmen. 186 Tiefe. Nein. Dahin. Hier rum. Was ist denn das alles Glas? Was ist denn das alles Glas? Ach, jetzt geht die Sonne auch noch unter. So komme ich sozusagen immer noch näher rein. Aber das da unten ist er gar nicht. Und dann sind wir hier wieder in der Spalte nicht. Bei 142 Meter tiefer. Und hier komme ich nicht rein. gut dann machen wir den halt nicht dann nehmen wir uns den auf und sagen einfach wir packen den anderen rein weißt du lass mal los merken wir uns Signal Nummer 19 was nehmen die 17 wo geht es dahin die 17 die hatten wir doch auch schon oder hat man nicht auf dem Weg dahin können wir uns ja hier noch ein bisschen umgucken wo sind wir da geht es lang da geht es lang weil ich gerne nochmal zur Kante zurückfahren würde Richtung Base ach moin hör doch mal auf mit dem Vogeln das nervt hier darf ich noch nicht runter hier komme ich langsam runter hier kommen wir zu weit in die Richtung da ist was blaues wo ist denn das diese Schiffsschraube ist doch schon viel zu weit weg da ist was lila an das sehe ich das richtig sehe ich das richtig an der Schraube was das ist na da bin ich ja mal gespannt ja 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 jawohl Lithiumoxid das braucht man doch noch unbedingt da man das auch jawohl fein jetzt fehlt zum großen Glück nur noch der Mondpool hiermit können wir bauen aber damit müssen wir mal aufsteigen ich baue hier unten könnt sicher nicht ich weiß es ist nicht tief wenn die während des Bounds wieder rausfallen ist das scheiße und je weiter oben ich bin wenn ich rausfalle falle ich wenigstens mehr und kann wieder zurückspringen wenn die unten aufklatsche verliere ich immer leben nicht gerade wenig beim rausfallen fällst du irgendwie durch die Textur zack reicht und ich kann auch wieder was essen ja halt ne so und so und schlack machen wir eine kaputt jetzt 1,2,3 1,2,3,4 das braucht man nämlich das Lithium ja ist ja gut Titan haben wir jetzt hier drüben 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Titan eins haben wir noch damit können wir nämlich einen Titanstein äh Titan was Plaststeinbaum bauen achso mit einem Titanbaum und Lithium also mit einem genau Titan 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 Blaststein bauen so U-Boot Zyklo Druck Kompress Kompensator damit können wir dann tiefer tauchen so zwei Argen bauen bringt nix auf welcher Seite das Ding war um den jetzt einstecken dann zache oh wie der ist es Zerstörungstiefel nun 900 Meter ich habe das gelesen Zerstörungstiefel nun 900 Meter wir haben doch noch einen gelandet oder nö nur den aber den könnten wir auch schon bauen nö hier haben wir auch das hier hat sich auch noch nicht viel getan wieso auch Ausrüstung ja da könnte ich mir bessere bauen aber ich habe lieber gerne den Strahleinanzug Strahleinanzug mit dem könnte ich natürlich mehr machen vor allem mit dem mit dem Kopf ich werde schon da geschubst ja wir tauchen schon wieder ab da ist der ja recht zeig mal die Kamera noch sehen wir nix was ist das hinten ja jetzt sehen wir schon was hier sehen wir noch mehr ich bin nur zurück ich habe doch irgendwo noch einen blauen Kristall gesehen damit meine ich nicht das Salz da ist er da ist er sieht aber auch aus wie Salz ne ich habe mich verleiten lassen nö das ist Quecksilber da muss man mal rein sieht doch schon absolut geil aus was ist das was ist das das habe ich gesehen ganz bestimmt im Wechselraum Salz habe ich das von da oben aus gesehen stimmt nicht ne ganz sicher wieder was ganz anderes Kalkstein 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 oh das muss das gewesen sein wäht Setzer oder das ist das hier sind sowas oh jei Klack 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 klack! So... dann steigen wir da oben rein Ah ja. All Systems Online Lithium packen wir da mit rein. Den Kopf Baum hier über here extra. Blei Salz Ach ne, da ist er mal jetzt hier drüben drin, Aluminiumoxid. Ja, ist gut, ich hab dir gehört. Darfst neu bauen. Und da ist die Rettungskapsel. Oh ja, hast du recht. Hier wird's knapp. Ich hab eigentlich zu viel Zeugs rum. Was ich alles wieder haben will. Höchstwahrscheinlich nie brauchen werde. Aber wo war denn das Korallenzweig? Das war rechts von hier. Wollte ich nochmal hin? Was gibt's denn hier alles? Von hier muss man irgendwo gekommen sein. Wenn ich mich noch ein bisschen drehe, drehe ich mich im Kreis. War das nicht hier unten? Und jetzt hier links. So, uah. Ah, vorwärts, vorwärts. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Und hier abwärts. Jawohl, denn hier wollte ich noch links noch ein bisschen weiter gucken. So Richtung Heimat. Da könnte man zu Hause auch mal das ganze Glas verbauen. Ich hab hier noch gar kein Frack gefunden. Denn ich dachte, hier können wir auch noch ein Polen. Auch was für mal Tiefe simmern. Naja. Da haben wir noch ein bisschen. Wie ist das ein kleines Frack? Hätte mich schon gefreut. Ein Park, kein Riesending. Was, du brauchst kein Riesending? Nein. So was haben wir doch alles an ganz anderen Stellen. Nicht das, was du schon wieder denkst. Nein. Natürlich nicht. Wie komme ich denn, wo ist denn das zu Hause? Da wäre zu Hause, wenn ich hier irgendwo durchpasse. Kann ich hier drum rum? Nein, nicht sinken. Muss ich da lang? Da lang? Aber man kann ja hier mal... Nein. Man kann ja hier mal drüber fahren. Ach, da ist wieder was weißes. Da ist ja einer guck. Und da ist doch noch... Ist doch nicht noch irgendwas gewesen? Was zum Scanlein? Das sieht so komisch aus. Ne, das ist nur versteckt. Nehmen wir mal beiseite mit. Ein Diamanten, hier hat sich's doch schon... Verstöße? Und hier brauchen wir irgendwo noch was weißes. Auch nicht mehr. Da nehmen wir noch... Das Quarzt mit. Oh, jetzt auch mal zügigst. Rein, raus. Das Spielchen kennst du nicht. Fängst du schon wieder damit an? Nein. Rein ins U-Boot. Raus aus dem U-Boot. Gut. Das mein ich doch. Ach, das meintest du auch. Alles klar. Dann haben wir nur in der nahe vorbeigeredet. hier machen diamanten heute sind das da unten schaffe ich das dann wieder bis da ist die gier mit dir zügig schwimm schneller und langsamer ich weiß und drin ist hier ist aluminium quarts kümmer glas auszimmern schon besucht wo es ist wir können hierbei glas noch das rumpacken voller glasen da drüben auch noch edelsteine kommen diamanten rein fünf stück saubast gold haben wir auch in mengen fabrikator pack mal noch einen kann man dabei haben das essen brauchen wir auch schon wieder äh krieg den einen jetzt rausgezogen mit gut 1 1 2 3 4 und der ist von hier oben glaub ich dir sofort in dem wir noch nicht besetzt haben zack und jetzt kriegen wir doch immerhin nicht aufgeräumt ist da noch gucken können wir 17 müssen wir ne 19 müssen wir merken hab ich dann sowieso wieder vergessen ist egal die gemachten packen mal weg jo was so ist hier oben nichts mehr drin machen wir am nächsten mal ich bedanke mich fürs reinschauen vorbeischauen und fürs zuschauen dankeschön wenn es euch gefallen hat sehen wir uns eventuell in der nächsten folge wieder zu subnautica von anderen words entertainment streamen bis dahin auf wiedersehen und tschüssi kowski